Hi. Okay. Wie heißt du denn? Alan. Aha. Und wo wohnst du? In Naperville. In Naperville. Und gehst du in die Schule? Ja. Ja? Hast du einen Freund? Jackson. Jackson. Und? Nishi. Nishi. Gibt es noch jemanden? Kalben. Und wie alt bist du? So many. Du bist drei, oder? Und was machst du heute? Wonderworld. Wonderworld? Was ist das? Wonderworld. Achso. Und kommt der Weihnachtsmann zu euch? Zu dir? Nein. Nein? Nein. Nein. Kannst du hallo sagen? Calm. Kannst du hallo sagen?